Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Campbell. Ich bin heute für auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Command. Ich starte das Spiel, voll mit rein und ein bisschen warten. Lass es kommen. Ich muss mal kurz gucken. Okay. Bei dem Spiel gab es keine Beschwerde. Hm. Wir brauchen... ... 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 und tägliches ziel dann geht es jetzt los schleiche machtzunahme ok das machen wir später immobilien im feinsten da bin ich gerade bei leistungsprüfung wie viel waren das? zwei stück nein 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 eins zwei ok dann kommt jetzt das nächste einsamen Forschung Allianz Solidarität weint im 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 ich habe 23 solche karten ach ja 20 60 groß 20 karten um einmal zu ziehen da hat sie nicht gerade einen gewonnen weiter geht's feste tagessiel allianz öffne kostenlose vier stunden tun und hier geht erst um vier stunden wieder und dann nur noch feinde besiegen und dann machen wir jetzt folgendes wir werden darauf gehend misionen nach level 4 so 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 2300 ne 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 wir wollen mit unseren nur erz abbauen da oben sind wir da oben sind wir und so 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 ich bin damit zu den ins gefahren ich bin damit zu sehen Da machen wir das erstmal und nochmal suchen, da war wer, da war wer, da war wer, da war Bomber, gut Und lass Sohn Dann müssen wir jetzt einen kleinen Moment warten Und deshalb kann ich mal einen Schluck Wasser nehmen Level 40 Ich bin grad mal Level 10 Amen Ja Komm schon Guck mal, mit dem probieren wir jetzt mal den anzugreifen Barton Na gut, ok Dann gehts jetzt weiter Da kann ich keine Queste annehmen Noch was, Level 41 Dann aber nur noch Level 5 Ja 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 Jetzt ist er beschäftigt den fliegen wir weiter hin und her gleich sind wir da jetzt soll man das schaffen das sind wir jawohl ein bisschen größer machen das ist wir Das war ja diese Quest, die machen wir erst mal als Favorit, dann läuft sie uns nicht davon. Oh, naja, ich hab ja fast alles als Favorit. Gut. 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 Super. Erstmal Orten. Schauen wir mal nach. Oh, viel zu nah. Ob da vielleicht ein Quest erschienen ist. Nur die hier. Aber, komme ich nicht ran. Schon zu lau, denke ich mal. Also, geht es weiter mit der nächste Nummer 5. Da ist sie. Die ist ja auch gleich fertig. Das ist schön. Zwei Minuten wir da hinfahren. Fliegen. Wie auch immer. Er legt noch eine Stunde. Ah komm. Fünf Minuten noch. Also wahrscheinlich. Oder ich mache die Fünfer-Queste noch fertig. Du bist. Ja, Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da. Gut. Das war jetzt das. Dann gehen wir zur nächsten Quest. Äh. Nächste Nummer 5. Ist der hier. Ist der hier. Hm. Warum Nachricht? So, in vier, zwei Minuten. Jo, dann sind die Level 5er weg. Ist die letzte Level 5er Aufgabe. Nichts. Keine Quest. Dann haben wir alles richtig gemacht. Bam, bam, bam. Orten. Und, da sind wir auch gleich schon mehr. Okay. Abholen. Auf, auf. Go, go, go! Gut. Sonst noch etwas hier. Hmm. Da ist es. Schön. Jetzt fliegt er zurück, dann bin ich fertig. Da 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 da. Da da da. Da da da. Allianz. Ich dachte ich hätte letztens eine Allianz erstellt. Gut. Das war's. 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 Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.